Hi, ich bin der Hobbit. Hallo, ich bin Cassie Wally. Und was präsentieren wir euch heute? Neue Mode. Neue Mode für? Weihnachtszeit. Und? Und das schöne neue. Ja, genau. Und bevor wir anfangen, da hinten steht noch jemand noch. Komm mal raus, da hinten. Ich bin Cassie und wir präsentieren euch heute Mode fürs Weihnachtsessen. Weihnachtsessen oder Weihnachtsfeier oder überhaupt zu Weihnachten, ne? Ist doch egal, hauptsache Essen. Nein. Schau, guck mal. Ist das eine Kette? Nein, das ist auch wieder mit Strassfork ab, wie so ein kleiner Schlips, würde ich sagen, wie man so sagt, so Krawatte, so mäßig gearbeitet. Ja, das ist auch ein Tunica, auch wieder Backlarn-Farm. Sehr schön gearbeitet, auch hier unten nochmal, unten geht es wieder enger, aber es zieht sich, ja, das ist jetzt nicht hier, geht es fest, sondern es zieht sich. Na, also es geht auf die große Größen. Ja, so ein kleines Kloß. Ich würde mal sagen, so zwischen 42 und 46 kann es tragen. Ja, in der Rüstung. Dazu auch nochmal eine schwarze Lüse. Das geht so, wo ihr seht. Und wieder top angezogen. Ja, gut. Ja, sieht toll aus, ne? Ja, hat was. Ja, schön wie bekannt. Auf jeden Fall. Ja, so kann die Frau abends feiern gehen. Ab raus. Ja, ab raus. Na, ab raus. Ja. Der Style kommt nur in 50 Euro. Und wie gesagt, es wird gehen. So. Ach, das wäre schon hier schönes. Ja, das ist eine super schöne Karne-Glüse erstmal. Dann kannst du so schön über die Schulter kauen. Schau mal. Ja. Dann kannst du richtig schön rauskauen. Auch mit diesem kleineren. Und was auch so hübsch ist, diese Abschuße. Ah, ein bisschen enger ist es mal. Ja, ein bisschen enger. Das kannst du auch wieder schocken. Jetzt lässt du die Glüsse richtig schön rüberfeilen. Ah, also pumpig. Wie eine Falte, so ein bisschen. Zu pumpig, nicht wie eine Falte. So wie hier unten vorne. Ja, so ungefähr kann man sagen. Das wird dann alles so pumpig und oben dann auch. Ja, wir haben auch noch mal wiederholt. Ein kleines Gummizuck. Ja. Diese Glüsse ist gefüttert von ihnen. Ja, also es ist nicht transparent. Kommt aus Italien für 24,50 Euro zu erwerben. Ja. Dazu brauchen wir eine Mitteljähne-Hose. Streitschhose für neuen Deutsch-Arm. Unsere bequeme Hose. Ne, und das da drauf. Eine schöne Kette mal drauf. So, das kann man schon lassen, ne? Das sieht richtig schick aus. Na, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir noch mal eine Kette mal dazu geholt. Wie man sieht. So, schöne. So schön ausgearbeitet ist der. Ein bisschen. Genau, wenn man das so drauf trägt, sieht das direkt schon anders aus. Ja, was hast du denn da? Sieht total top aus. Was haben wir hier mit dem? Fajetten? Ja, ein tolles Blinzett hast du. Ja. Lass mal doch mal richtig mal schauen, wie das von innen aussieht. Ah. Da ein Glöberschen. Ja. Ja, auch. Wir haben ja auch sehr schön mit Fajetten gearbeitet, von der Firma Kiwi. Also, Marke Kiwi. Schön. Vorne so. Die sind schön gehalten. Aha. Ja, ja, so ein bisschen die Terrakotta-Farben sind da drinnen. Ja, die Terrakotta-Barn und Schwarz finde ich auch immer eine tolle Zusammenstellung. Es gibt da noch ein bisschen die Breche in dem Ganzen. So sieht das hier noch mal auch an. So. Schön. Ja, also hier auch noch mal mit Fajetten verziert. Bekragen hat es runter. Wir haben die Seitentaschen. Ja. Sind auch sehr schön gearbeitet. Hinten. So. Das ist auch so hübsch gearbeitet hinten nochmal. Auch hier mit den Nähten, die Taillennähten, mal so ein bisschen eingedeutet. Angedeutet, das heißt, obwohl es jetzt eine XL-Größe ist, eine 46-Größe, hält das durch die Taillennähte nicht groß. Also es wirkt nicht groß. Das stimmt. Aber dann so ein bisschen rollig oder so. Das ist noch schlank, das Taillennähten. Und dann noch mal eine schöne Ingenerhose drauf. Sieht jetzt auch top schick aus. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht toll aus. Na, finde ich auch. Passtens. Und jetzt mal hier. So. Ja. Sehr schön, ne? Mhm. So kann es rausgehen. Okay, schon. Man braucht so keinen Schuh mehr anzuziehen, weil nur ein paar Ohrkühle zum Ende noch. Ja. Da würde ich auch gar nicht drauf tragen. Ich würde hier kommen. Das ganze Exempel würde ich ehrlich gesagt wirken lassen. Ja, weil die Pailletten noch dran sind. Genau. Mhm. Weihnachten und Silvester kann kommen. Ja, so ganz langsam aber sichert. Ja, und ich sag dann einfach mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und so bis zum nächsten Mal. Tschaui. Wir sehen uns. Und wir sehen uns. T. T.